herzlich willkommen leute eine neue runde fortnite br heute zusammen mit alex im duo wie letztes mal also wie vor ein paar tagen ist ja ein bisschen gemischt momentan sind ja gerade nicht am stück aufnahmen hallo das wird eine super schlimme runde bist du in der mitte vom feld oder bist du noch in einem haus bin im haus aber ich habe drei leute hinter mir drei leute vor mir ich hätte nicht schießen sollen glaube ich glaube ich habe mir gerade mal ein grab geschossen wo bist du ich bin in der mitte der stadt ich wird geschossen einer schon mal down einer von denen ja die bauen sich gerade bei mir hoch ich werde sterben halt durch komm runter wenn du kannst auf meine weiter geht noch ist alles gut ich bin auf dem weg zwei sind da und bei denen kommt hoch ist eine etage unter dir den habe ich bei mir nochmal alex mitte der straße ich brauche schnell hilfe ja bin auf dem weg ja okay die anderen betteln sich den finnisch ich eben okay der ist gelieft komm lass mal in das haus eben gehen wir müssen auf jeden fall abmachen ich habe keine munition lass in das haus gehen eben keller unten sind kisten drin ja ja erstmal rein ist egal hier und das war schon mal gute ex hier bandagen ich guck mal dass wir teilen können ne ach so du bist voll oh nice okay eigentlich sind wir voll gut raus gekommen weil was ich habe ganz viele graue waffen alex zu viel also hier liegen auch noch eine graue AR ich gehe mal kurz ins haus hoch wieder da liegt glaube ich noch was hier unten liegt ah bandagen liegen noch hier ok alles gut das war schon mal ein schöner start hier unten ist noch eine grüne shotgun alex hast du sie gefunden war gut versteckt ich gebe 40 schuss auf wenn ich die aufhebe ja komm müssen wir trotzdem machen na komm wurscht ich habe die handgranaten weggeworfen wo sind die anderen beiden die gestorben sind oben waren die die habe ich auch scheiße ich bin so gut wie tot ich wurde gerade hart besnipert alex ich sehe ihn auch 255 auf dem haus auf dem dach man sieht seinen kopf blaues haus blaues haus auch einer dahinter aber links daneben das kaputte wo ein baum drinnen ist da wo die ganze gerade herkommt da ja bist du safe irgendwie ich glaube schon wäre ein guter shot wenn er den trifft ok bin weg wir können auch ganz abhauen sollen wir abhauen zone ist eh nicht für uns dürfte mich nicht sehen oder ich habe die treppen gebaut gehen hier hoch und dann sind wir weg hoffe ich ja und runter oh da kam noch ein schuss an oh shit er sieht uns auch nicht mehr ok ich glaube unter mir war einer 60 grad ne wie bitte da sind welche in dem dorf da vorne scheiße bin blöd geslidet alex in welchem dorf vor uns ich habe noch ein medifact na das wäre gut das wird zwar jetzt wasted aber also wasted ist es ja nicht war halt nur blöd von mir jetzt wäre unnötig in welchem dorf jetzt blutvilla genau vor uns hier also kann ich hier mich verheilen denn wir sind immer noch nicht drin wir müssen entweder über den see oder noch um den see kommen links um den see oder da werden uns jetzt gleich dann der sniper uns zu den rücken schießen ach scheiße man kann ja hier nicht alldrücken und gucken wir haben gerade noch Papi gespielt zwei minuten ist es her da war noch Papi dran die zone ist super lahm wollen wir die vorbeilaufen lassen aber die gucken doch hier rein oder dann können wir sie ab wir können locker mit der zone halt gleich mit rein gehen wir können es auch einfach zubauen ne ne lass sieht doch gut aus hu harte anfang ja aber spannend was wir die dreiergruppe da so geil gekriegt haben war awesome der eine der unter die stand den habe ich da durchs fenster erschossen ja keine schritte das ist merkwürdig ja ok vielleicht looten die auch noch ne wenn du mal auf die map guckst die zone die braucht halt ein bisschen am anfang ja ich bin mal gespannt ob wenn autos dazu kommen also wenn wird es wahrscheinlich kein richtiges auto sein ich kann mir es wäre geil wenn sowas wie ein tretroller so also so ein fahrrad oder ein fahrrad skateboard skateboard ein dreirad solche sachen stelle ich mir halt in fortnite eher wäre schon lustig so du wirst halt hart abgeschossen aber bist halt noch schneller unterwegs muss ja auch nur doppelt so schnell wie laufen das reicht ja schon lass es 25 prozent schneller sein als Gag wär schon witzig da kommt was oder? ne jetzt höre ich noch Wasser jetzt ist Pleasant Park gleich dran die erste zone ist echt fair der erste kreis ist auch noch echt riesig es ist ja 75 prozent der map ist noch drin da leben nur noch 39 von 100 ne das geht hier immer schnell zone ist riesengroß noch spieler kaum noch am leben aber ich will auch das sterben und im chat halt die ganze zeit durch 4 5 das schöne wenn du nur so eine handvoll anlaufpunkte hast 6,7 das geht echt schnell hier eh warte mal ne da steht zweimal nama aber das sind nicht richtig ja down und dann er ist nur down dann getötet nieder gestreckt nieder geschossen na stimmt zone kommt raus? ja oben oder oben war? naja haben zwar nicht wirklich waffen dafür da vorne läuft einer ist einer von uns vorbeigelaufen ostengenau neue zone ist so dass wir schnell weiter müssen ja mit dem droppen mit x funktioniert nicht leute ich habe jetzt zwei ars aufgehoben in beiden steht 39 munitionen drin heißt das jetzt ich habe gerade 39 munitionen oder in beiden sind 39 39 drin das kann auch sein dass wir an der unterrücken munitionen rausnehmen ist ja jetzt sind wir einfach gerade richtig blöd ja wir sind zu blöd dafür entweder sind wir echt zu blöd dafür aber mit x geht es nicht naja x ist halt waffe drum aber guck mal bei mir sind in beiden ars gerade 900 warte mal ah ne x und y ne ich habe überlegt ob ich vielleicht englisch hast du das aber y und z sind ja vertauscht äh moment wir müssen auch auf büsche aufpassen alex denk dran ja stimmt ja aber die erkennt man wir wissen wie die aussehen ne wir haben das ja erfolgreich irgendwann gezeigt letztens also einer ist hier lang gelaufen ne vor uns weg gerade mhm da hinten rechts wurde gebaut ja das könnte da sogar gewesen sein von der entfernung her wir sind noch lang nicht drin so weit weg oh lol richtig weit weg ist da eine kiste oder was leuchtet am faktor siehst du das auch das leuchten? sag mal nur der mond schreit boah gruseliger saug alter hast du das auch gehört? ja weil du so ein maisding da gelaufen bist ja weil du so ein maisding da gelaufen bist ja weil du so ein maisding da gelaufen bist und wir gammeln hier mit diesen grauen waffen rum und wir gammeln hier mit diesen grauen waffen rum die brücke noch checken was ist denn mit dem sniper passiert? lebt der noch? ist der tot? war ein zweier team ja könnten vielleicht tot sein also ja ok wenn man hier so Pfeilen jetzt legen also richtige Pfeilen legen könnte noch so eine kiste ist über uns ne? ja genau äh wieviel Leben hast du? wir haben genau gleich viel ne? ja weil ein Schildrank da war wir gehen wieder gleich rein wenn die äh eine graue AR noch ich würde sie gerne aufnehmen ja guck mal die AR Muli ne das ist genau du kannst die einfach droppen die Waffe du hast die Muli dann trotzdem noch also ich hab bei beiden Waffen immer genau gleich viel Munition aber ich hab einmal 43, 40, 43 lass uns nicht darüber diskutieren wir blamieren uns nur weil das super offensichtlich ist ne das teilt sich jetzt hab ich nachgeladen jetzt hab ich über 40 das ist ja wie blamieren vergesst das einmal das ist super strange gerade einfach nur ich will da auch rein ja hier wird uns keiner sehen warte wenn ich die jetzt droppe um uns noch weiter zu bleiben wir müssen ja jetzt 8 haben hab ich aber nicht nein weil du du teilst ja einfach die Muni du hast 49 in der M4 wenn du einmal schießt hast du in beiden 48 verstehste ja ja aber die Zone kommt ja das heißt man findet keine Waffen mit Munition Muni wird also instant gedroppt wenn einer stirbt ja raus jetzt ist der ganze guck mal da habt ihr uns falsch verstanden und wir euch dann auch also wir haben hart aneinander vorbeigeredet ja rein kurz weil wir können wieder gut in die Zone laufen wir müssen auf Fische aufpassen denk dran da vorne der Busch ist so hell keine Schnüpp ne kann man glitscht man hier durch Wände durch also Klippigen äh achso durch Wände anzahlen ich glaub die sind zu dick dafür ich seh einen Spieler glaube ich nicht hundertprozentig sicher schwer zu erkennen ähm 30 Grad ist ein Haus da ist der Dachboden offen und ich glaub ich hab grad einen von der Kiste rechts hinter die Hauswand gehen sehen Wollen wir da hin? Wollen wir links an lass links am Zone ab vorbeilaufen das ist ja in der Zone hier alles die Büsche machen mich fertig ja das müsste eigentlich ein großer Busch sein doch hier so ein Busch oder? äh ich glaub ich ob der Block da drin stehen kann wenn der da drin hockt weißt du dass der für uns gar nicht so sichtbar ist wie für uns selber ich hab in den Busch geschossen der hier war ziemlich groß ganz oben an den Strand an die Klippe sozusagen oder hier schon rein jaaaa ich hab die Vermutung dass da halt irgendwo hier einer ist ne? äh oh ich bin jetzt schrotten lass dir jetzt an die Klippe oder? ja kann man machen boah viel Geschnippe jetzt und ich hab ne graue AR mhm oh was ist denn das da für ein gebaut das Ding? hab ich das ganze Haus aufgerissen oder was ist das? ich glaub das ist Schutz oder? guck mal die Berge rechts sind doch Sniper Berge des Todes boah aber hier fehlt ein Haus alles klar ist der Baum da weg Alex da ist nur das ist da ich also ich nicht zeigen zumal du 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 So, was sieht man denn hier so? Nix Ja, irgendwie nichts Aber das wird noch ein Showdown Alles Büsche Das warst du? Ja, ich hab in den Busch geschossen Da geht man voll Paranoia Wir sind in der nächsten Zone auch noch drin Ich sag, der Berg da oben Okay, ich bau noch Holz ab Was ist das für ein Match? Wo sind sie wirklich? Sieben Gegner nur noch 120 Grad wird gleich irgendeiner über die Kuppel kommen Safe Ich bau uns nochmal einen Schutzwall hinter Hier Da müssen wir außen rumlaufen dann Aber falls wir irgendwie hart schossen werden Haben wir hier nochmal ein bisschen Schutz Heißt ja, die ersten Gegner werden halt gar nicht von links oben kommen Das sind unsere stärksten Die haben den besseren Platz Das ist eine sehr schwache Runde, muss ich gerade sagen Was Kills angeht Die erste Action war zwei geile Und dann war Ende, Alter Vor uns 150 Baut sich gerade ein Häuschen Ja, sehe ich Aus Stein Einer, ne? Ja, baut halt ein Luxuspalast in ein paar Sekunden Ne, sind zwei Da steht gleich ein fetter Turm, sag ich dir Okay, ziehen wir dann von zwei ab Zwei sind wir Das heißt, zwei Leute fehlen Ja Das heißt, wir warten, bis die sich beschießen Oder sie sind halt wirklich Büsche und spielen auf Wind Und sitzen halt wirklich irgendwo hier gerade rum Ich sehe einen dicken Busch, der mir komisch vorkommt Und zwar 165 Zwischen 165 und S Da ist ein richtig fetter Busch in der Mitte Ja, ich sehe den auch Ah, sie schießen auf irgendwas Ich will noch einen Schuss sehen Ich will wissen, wohin Ich glaube, der hat auch in den Busch geschossen Kann das sein? Ja, okay Wir wissen, wo jetzt, ne? Ja, ja Jetzt kommen Wollen wir hin? Wollen wir schon? Zumindest links auf den Berg Weil der Berg ist jetzt safe Ich habe nichts mehr zum Bauen, ne? Okay, müssen wir gar nicht Die denken ja, wir sind da drin Weißt, was ich meine? Wir müssen uns ja gar nicht zeigen Die müssen ja nur denken, dass wir immer noch da drin sind Wir können hier eigentlich auf die nächste Zone mal warten Das sieht so geil an Zeig dich lieber nicht, oder? Ich riskiere einen Nade Mach du safe, okay? Zone ist bei uns Bleib lieber hier Die Zone ist bei denen Die haben uns nicht gesehen da Alle bis jetzt Alex Komm rein Schneid ihn ab Komm schon Den musst du haben Okay, okay, okay Ich spring gleich direkt Der ist egal Der ist jetzt nicht schlimm Der ist auch nicht schlimm Und jetzt hinten runter Ich gehe hinten runter Ich kann nicht aufstehen Jetzt Hast du was zum Heilen? Bandagen? Nee, ja, Bandagen Das Lass an Nein, das sind zwei einzelne Ich bin wieder da und bade Wand Ich habe nichts zum Bauen Ich kann nicht Fuck, ich habe nichts zum Bauen Du willst doch irgendwas haben Ja, hier hat man 30 Holz Mit hättest du eine Holzwand bauen können? Das ist eine einzelne, ist wie assi Das ist hier Das ist jetzt nicht gedacht Das sind zwei einzelne Das ist jetzt auch nicht gedacht Ich muss gleich einen Meter immer vorgehen Bisschen Bleib mal ruhig in der Zone Nichts bauen würde ich, oder? Du bist ja nicht drin Eine Holzwand Du bist immer noch nicht drin Ich weiß Jetzt musst du noch einen Bush ready haben Und dann bist du der King Ist es vielleicht sogar ein Bush? Der da unten? Du bist in der Zone Er ist close Mein letztes Holz Wir schießen sich, oder? Der schießt nicht auf dich Nee, ich muss mich aber Checkt wenigstens, wo der andere ist Der ist tot Nein Der eine ist in dem Steinhaus In dem neuen Der andere pusht jetzt hin Vielleicht direkt die dann die Chance nutzen Und den letzten holen Der steht vor dir jetzt Genau Der ist rechts um das Haus Das habe ich gesehen Mein fertig Ich warte Mein fertig Ich habe extra gewartet, bis er ihn killt Das war eine komische Runde, oder? Am Ende war dann wieder sehr spannend Ein Mittelteil war so semi Aber trotzdem war ein schönes Finale Auch dass wir uns dann diesen Bunker anschleichen konnten Habe ich ein paar Shots gemisst Leute, ich hoffe es hat euch gefallen Schaut die Folge auch bei Alex Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Macht's gut, bis dann und ciao Ciao